und dann haben wir folge 191 so ich hatte ja zu beginn der zweiten staffel so ich sollte natürlich erst mal schwer einstellen auch schon wieder vergessen ich hätte jetzt die ganze nacht durch arbeiten können jetzt haben wir auf schwer geschaltet jetzt müssen aber doch gleich die monster kommen hier da sind sie schon drinnen sich eine spinne herum springen okay wir hatten ja in der zweiten staffel zu deren beginn ich ja diesen kleinen trailer gemacht habe episode 2 genannt mit musik und ohne text zu beginn der zweiten staffel hatte ja alles ein bisschen geändert woran lag dass das lag daran auch der ist noch zu weit weg das lag daran dass ich ein video von kommentorio gesehen hatte das habt ihr sicher mitbekommen wenn ihr alle folgen aufmerksam angeschaut habt und wenn nicht dann erzähle ich euch jetzt noch mal kommentorio hatte mit seinen mit zwei anderen netzplayern ich wollte sagen mit seinen freunden aber das weiß ich ja nicht ob das seine freunde sind so erstmal ein grieber weg gehauen er hatte mit zwei anderen netzplayern ein ein video gemacht wie wird man ein oder wie macht man bessere videos zum beispiel hat er empfohlen oder city und freps zu benutzen zum aufnehmen freps für die für das video an sich und den ton im spiel und für den kommentar dann halt auch das city wie später gehört aber macht es gronk auch so und die videos sind ja nicht schlecht ja und nun was was noch das habe ich also auch gemacht und habe dann schön den ton zurecht gemischt ein bisschen lauter gestellt so was ist jetzt passiert jetzt hat sich eine fliege bei mir hier selbst fast selbst umgebracht und ist in einer halogen lampe geflogen und ich muss jetzt mal eben hier so ein bisschen umschalten dass ich die eine lampe ausmache dass es hier nicht anfängt zu kokeln nach verbranntem chitin oder chitin ist das riecht so seid ihr denn monster so in dieser zweiten staffel habe ich also bis zur folge 189 mit haken und ösen gespielt weil der rechner immer geleckt hat wie ein verrückter und warum weiß ich nicht ich kann das jetzt auch nicht reproduzieren warum ich jetzt plötzlich so ein herrliche guckt euch das anders leckt nichts mehr mit 30 frames per seconds das ist schon wirklich enorm so und dann ja dann habe ich halt meine videos gemacht und habe so ein paar schöne kommentare immer unter die videos geschrieben auch ich dachte was ist das für ein monster rex gut und rex passt aufnahmen ich hätte ja eigentlich theoretisch wenn hier überhaupt nichts spawnt hätte ich ja auch weitermachen können aber dann könnte ich nicht so in ruhe erzählen ja also wo war ich stehen genau ich habe dann meine videos gemacht bis zur letzten folge 189 schön alle in der gleichen qualität mal ein bisschen zeitraffer dabei getan mal nicht und ja irgendwann kam dann so ein kommentar vor einer woche etwa von whitey oder white feelings heißt er und er hat mich sehr gelobt und ich kenne ihn nicht aber er ist anscheinend ein recht ein sehr basierter let's play also sehr viele videos hochlädt und ganz viele verschiedene filme ganz wenig mein kraft nur und dann hat er gesagt weil er halt meine videos so gut findet weil ich mir so viel mühe gebe hat er mich dann mal an kommentario kommentorium entschuldigung weiter gemeldet und da soll sich meine videos doch mal angucken das hat er gemacht weil ich ihn ja auch in einem video erwähnt habe und hat da den gefällt mir button gekleckt oder wie heißt das auf neudeutsch jetzt wie sagt man er hat mich geliked so ich möchte mal nur wissen ob einer von euch jetzt das wort er hat mich geliked richtig schreiben kann liken ja ich like du leicht er leicht wie schreibt man leicht viele werden es sind mit idee schreiben das aber die englische endung und ist natürlich völlig falsch wenn man das deutsch die klingelt oder konjunktiert die klingelt noch verb wird konjunktiert auch keine ahnung eins von beiden auf jeden fall die erfahrungspunkte lasse ich da mal liegen so und keine monster weit und breit okay und daraufhin hat es ein paar mehr abonnenten gegeben wenn kommentario einen den daumen hoch gibt ja dann kommen dann natürlich andere leute und schauen ein bisschen zu bei mir da geht auch die sonne schon auf aber ich will das jetzt noch mal weiter treiben hier die geschichte ja dann hat moto 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 kurs world auch eine let's player in auch sehr viel mein kraft dabei hat also ebenfalls was gelette hat also ist also auf mich aufmerksam geworden und hat mir einen netten brief geschrieben und daraufhin habe ich mir ihre videos angeguckt und ich habe also auch noch etwas wieder gelernt von von audacity weil sie ein sehr schönes tutorial gemacht hat wie nehme ich richtig auf mit audacity und wie wird dann halt nachher der ton abgemischt und rex pass auf wo du hin trittst muss da wohl doch noch geländer dran machen war so da brennen die skelette da noch nicht dabei geht die sonne doch von da auf da müsste es doch hier zuerst hell werden na gut gleich ist es hell da können wir weitermachen sehe ich kriege in der nähe nahe ein wahrscheinlich tarnen sie sich als kaktieren irgendwie hier naja erstmal weitererzählen noch folge 191 immer noch ja und dankeschön auto für das schöne tutorial über audacity wie man das rauschen wegkriegt und so weiter ich werde das dann mal verlinken hier unten jeder sollte sich das mal anschauen das ist wirklich echt gut geworden und dann möchte ich noch jemanden besonders erwähnen nämlich nasgul 25 10 und zwar deswegen weil er mich darauf aufmerksam gemacht hat dass eine gute burg wo ist sie denn dahinten sieht man ganz links das hotel dass eine gute burg ja auch türme haben muss na ja das ist richtig und er fragte wann baust du denn die türme endlich ja das dauert noch ein wenig ich muss mir erstmal überlegen wo ich sie hinsetze also hier an den rand sicher nicht weil da schon meine gebäude stehen da würde ich mir die aussicht verbauen aber vielleicht wird es dann so in die andere richtung darüber kann man jetzt ganz schlecht sehen das heißt ich könnte jetzt ja mal versuchen die sichtweite ein bisschen größer zu machen wenn das schon so wunderbar ist grafikeinstellung sichtweite weit steht zwar hier das wird nicht so gut sein aber wir machen mal so immer noch mit 30 ja was habe ich denn jetzt geändert noch mal gut okay lieber nasgul jetzt habe ich dich sogar erwähnt hast du sicher nicht mit gerechnet aber die türme die kommen irgendwann noch keine bange ich weiß auch dass jeder guten burg türme gehören so leute jetzt schreibe ich mir mal auf jetzt schneide ich ich ich